Martin Entschuldigung Entschuldigung Ich wollte Ihnen mal sagen, wie großartige Vorträge Ich bin meistens unter Wasser, ich bin Industrietaucher und ich tauche hier die Brückenköpfe ab und jetzt wohn ich mir einen Kaffee und da dachte ich, vielleicht würden Sie gerne einen Kaffee gewährt, ja Paul Ihr Handy liegt da auf dem Boden Ich hol das mal, ja? Ich wollte es in Ordnung, das ist ja irgendwie Ist auch unverschämt Kein Problem, ich geh dann mal Ja 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 Ja